Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Naruto Shippuden Ultimate Ninja Fucking Storm Ja, in den letzten Parts ging es auf jeden Fall ordentlich ab Allein schon das hier alles mit Sasuke und Kabuto oder das mit Maito Gai, das ging ja echt alles ab Und einige wollten sehen, ob ich wirklich überall S-Rang habe aktuell Und ihr seht es ja gerade, ich habe wirklich überall aktuell S-Rang Ich spiele das gerade übelst privat noch immer nach, um wirklich dann überall S-Rang zu kriegen War gar nicht einfach, es gab natürlich ein paar Missionen, die ein bisschen knifflig waren Aber im Großen und Ganzen ist es möglich, alles auf S-Rang zu kriegen Es ist jetzt auch nicht die Hölle oder so, aber es hat seine Zeit natürlich gedauert Aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter in der Geschichte Wir haben ja schon gesehen, Naruto und Sasuke sind sozusagen zurück Und stellen sich mit ihren neuen Kräften jetzt unserem neuen tollen Freund Madara im Rikudo Ich bin gespannt, ich würde mal sagen, legen wir los Der Wind heult, der Donner gräuelt, der letzte Kampf beginnt Ich bin Marco Truch, wir hören uns an diesem Sinne gleich mal wieder Und dann Das ist ... ... das ... ... Naruto ... Der Mann ist nicht. Er hat sich nicht verletzt und verletzt. Ich habe mich gebetet. Ich habe mich gebetet. Gebetet? Was ist das? Ich denke, ich denke, dass ich immer alles verletze. Ich denke, dass ich jetzt alles verletze. Ich denke, dass du etwas zu tun hast. Aber ich denke, dass ich nichts verletze. Ich werde mich nicht verletzen. Ich bin auf dem... Ich bin auf dem... Ich bin auf dich, der ich nicht... Ich bin auf dich, der ich nicht! Ich bin auf dich, Mada良. So, du... ... und du... ... was sie... Was ist hier? Warum sind wir hier? Hier? Ich bin... 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 Das ist dein Leben der Leiden an. Du bist jetzt auf dem Jahr im Takt. Um... Sieg am Takt... Ich bin Chakra nur der Welt, für die Musik den Gen. Das ist auch ein kleines Wettbewerb, und das ist ein Künstler. Und das ist ein Künstler, und das ist ein Künstler. Was? Ich habe das Künstler gemacht. Das ist das Künstler. Wenn du ein Künstler ist, dann möchte ich vieles zu hören. Das ist die Frage nach dem Schluss. Erstens ich erzähle, ich erzähle. Ja, du musst dich nicht hören. Das ist dein Geist von Aschura. Was? Aschura? Was ist das, was du? Das ist alles, was ich? Das ist das Chakra. Kaguya hat die Macht und die Macht geklebt. Aber die Macht zu starken Macht hatte, und dann hat die Mutter gesagt, dass sie die Mutter, die Frau, 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 Ich habe mich überrascht. Eine Zeit, Kaguya ist zwei Kinder. Die Einige sind... ... das ich. Ich habe meine Freunde, meine Mutter, weil sie die Schmerzen der Schmerzen des Zübis war. Die Schmerzen der Schmerzen sind, die sich um die Schmerzen zu verleten. Das war ein激しい Krieg. Ich habe auch, dass wir die Schmerzen haben, dass wir die Schmerzen haben, dass wir die Schmerzen haben, dass wir die Schmerzen haben. Das war ein wenig Zeit, dass wir auch zwei Kinder haben. Wir haben ihn, Indra. Wir haben ihn, Aschura. Ich habe ihn überrascht und erinnert. Du bist der Kinder, aber sie haben eine große Herausforderung. Ich habe einen starken Kachra mit einem Zuchzen? Und ich habe einen Zuchzen? Der Name, Indra war der wirkliche Glocke. Er hat sich ein Mensch als ein Mensch zu tun. Er hat sich ein Mensch als erster, als er eine gewissene Mensch ist. Aber er hat sich nicht alles gemacht. Er hat sich nicht alles gemacht. Er hat sich nicht gemacht. Er hat sich nicht gemacht. Er hat sich einen Mann mit dem Schweren. Ich bin ein bisschen größer. Die anderen sind die Schwertiggegenheit. Ich bin hier, die ich geboren habe. ... der sich die Schwertiggegenheit, ... eine neue Möglichkeit haben. Deshalb habe ich entschieden. Ich bin ein eigenes Schultzen. Aber Indra nicht wusste. Und, wenn die Zeit johu bewegte, Das war's. Das ist ... Sasuke? Das stimmt. Indra ist er bei Sasuke. Sie sind von der Karte der Karte, und ich habe die Karte, und ich habe noch einige Jahre, das schon seit Jahren, noch ein paar Jahre, die Schleuchten nicht beherrn. Nein! Der Stift war nur der Angst. Deshalb ist meine Mutter ein wichtiger Schritt. Das tun wird, dem der Mada-Ra-Wan in den Stiftungen verletzten. Wenn sie die Stiftungen noch mehr Kraft haben, dann kann ich sie nicht mehr tun. Ich will, dass du Mada-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan. Ich will, dass du Mada-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan-Ra-Wan. Ich bin der Zeit, als du den Existenz zu sehen, du fühlst dich aus, was du. Deshalb, du kannst dich in dieser Möglichkeit. Das Wach... ... du hast bereits mit dir. Krohmann! Ich bin! Hatsan! Warum in meinem und in meiner? Obito, der Mann ist, dass ich meine Schmerzen und meine Schmerzen von einem Schmerzen hatte. Du hast nicht genug, die Schmerzen der Schmerzen zu wissen. Ich habe nicht genug, was du? Ich habe nicht vergessen. Du hast schon gesagt, dass du Schmerzen und Schmerzen von Schmerzen und Schmerzen hatte. Ah! An-t-T-Ka! Soll'ya, vorhin wir alle von uns, die Chakra-Kurchen-Kaunen haben. Es gab viele Dinge. Das war alles, dass wir alle von uns, die Chakra-Kurchen-Kunen haben. Das ist der Wartenspiel. Das ist das Wartenspiel. Nalu, du hast ja schon ein Wichtiges Wichtiges für alle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 10秒... ...sべて取り込め ...sasれば... ...mugenの力を... ...kisamaに与えん まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな 渦巻きなると... ...うちをサスケ... 俺はいわば完全なる不死... ...駅を手にした あなたがいかに力を得ると... 俺には届かないぞ でもねえのに勝てに結論づけんじゃねえよ よくある ならばこれが最後の戦いだ それが終了 俺は終わった 今足りる あ、OK 50%の健全能力 NinjutsuをaにSaskaiに勝ちなついて そして25%のコンボ この基本上では 基本上のスタスは 俺の姿が見るみたいな とって言ってくれた するにもよくもと 悪い言の奴にサスケにemedらなめ 弱い言の人に… Und zwar, das... Wie spricht mir das denn aus? Onixchidori? Irgendwie sowas? Keine Ahnung. Weiß natürlich selber nicht. Naruto, dankeschön. Mal gucken, ob man drauf reinfällt. Ah, schade. Ah, verdammt, ich hab kein Chakra mehr. Das geht gar nicht klar. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss echt aufpassen, was ich jetzt hier abziehe. Sonst kann das... Ernsthaft jetzt? So, perfekt. Dann haben wir das jetzt getroffen. Jetzt kann ich mich auf Naruto konzentrieren. Weil ich ehrlich gesagt eher den spielen möchte, wie den Sasuke jetzt. Ja, auf jeden Fall hat hier unser Madara den Gottesbaum sozusagen jetzt in sich aufgenommen. Ob das natürlich jetzt wirklich eine schlaue Idee war von ihm oder nicht, das werden wir auf jeden Fall natürlich noch herausfinden. Ich weiß es ja schon. Ich kenne ja den Manga schon. Deswegen lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ich möchte dazu jetzt einfach mal noch nichts sagen. Auf jeden Fall, Naruto und Sasuke sind sozusagen die Reinkarnation von Indra und Ashura. Das hätte man sich aber eigentlich auch denken können. Das ist jetzt nichts Besonderes oder irgend sowas. Obwohl, das ist doch schon irgendwie was Besonderes. Wer kann schon von sich behaupten, dass er über eine von Jahrhunderten über ausgehende Tradition, einer der... keiner hier... wie heißt's? Alter, was das denn? Reinkarnation ist. Das ist doch schon was Besonderes. What the fuck? Was geht denn bei dir ab, ey? Mach dir hier KMMH, Alter. Chill dein Eichel, Alter. Was los da, Alter? So, ich will jetzt mal die... Alter, ich hab jetzt schon... Wie soll ich das mit 50% hinkriegen? Das krieg ich ja gar nicht mehr hin. Nee, ich konzentriere mich da auch gar nicht drauf. Ich kämpfe jetzt einfach für mich. Das macht ja gar keinen Sinn, gegen den jetzt so zu kämpfen. Das ist sowieso sinnlos. So, jetzt muss ich aufpassen, weil das... Ja, komm, Alter. Moment mal, klappt das? Nee, das klappt nicht. Moment mal. Ja, ich darf ja nicht mal mehr aufstehen. Ich verkack die erste Runde hier gleich noch. Moment mal. Wir machen das jetzt mal. Ich will das treffen, ey. Ich muss sowieso einmal treffen, glaube ich. Treffen! Suenja, treff ihn doch jetzt mal. Das glaube ich nicht. Warte, das ist schon wieder, ey. Oh, Moment. Oh! Verdammt, was war das denn jetzt? Ja, komplett wieder was anderes. So, jetzt kommt Treff. Geht doch. War das jetzt so schwer? Jetzt können wir hier mal eine schöne Ulti sehen. Leider keine Team-Kombination. Oh, warum hat er die alte Ulti? Ja, voll doof. Ähm, ja, jetzt vernichten wir erstmal Madara. Der muss jetzt natürlich auch erstmal vernichtet werden. Und dann geht's wahrscheinlich erstmal wieder weiter mit Katzin. Aber ich denke mal, dass danach noch ein Kampf kommt, oder? Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Oh, jetzt geht der Scheiße wieder. Jetzt kommen wir hier wieder Imperator Madara am Start. Äh, komm, ein bisschen schneller geht's schon. Also, mach's mir bitte nicht zu einfach. Wow, chill, you Eichel! Scheint so, aber Moment mal. Stimmt, der hat ja auch die alte Team-Ulti. Ist ja voll kacke. Ja, ich hab vergessen, die Team-Ulti einzusetzen. Ist so eine Scheiße. Und dann geht's. Da ist der Kaka-Sensei, der Kaka-Sensei! Es ist endlich... Es ist wirklich gut, oder? Ich will schnell nach meiner左iero! Ich kann das nicht tun, Herr! Kau-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka! Kau-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka Was ist das? Ich habe auch Madara fließt. Ja. Madara ist gekommen, aber... Obito ist sofort weg. Ka-Kei-Sensei! Das ist der linke Seite. Ich kann es sehen. Was? Okay. Ka-Kei-Sensei. Ich kann es sehen. Was? Was? Wie ist das so? Ich glaube, dass es schwierig zu erklären ist, aber es ist schwierig zu erklären. Das ist eine große Herausforderung. Ja. Das ist das Problem. Die Frage ist schon mal. Wir werden bald kommen. Es wird wohl sein, dass er eine Rinnlegan hat. Wir müssen uns nicht mehr an den Rinnlegan haben. Wir müssen uns nicht mehr an den Rinnlegan. Ihr habt keine Ahnung, dass ich das erste Überschritte überlebt. Ich habe noch nicht vergessen, dass ich das Geheimnis nicht vergessen habe. Es ist nicht genug! Es ist ein Teamwork! Na, wenn wir zusammen mit uns sterben sind, ist ein Teamwork. Obito? Ich bin jetzt noch ein Geist für diese Körper. Ich habe die Kraft von den Schünen und habe auch eine Kraft von Schünen. Ich habe das Geist für die Rindner. Ich habe die Welt gewonnen. Ich bin das der Geist für die König des Geistes. Entschuldigung an den Schmuck! Das war's für heute. Oh Mann, das kann jetzt richtig hart werden. Wir haben sozusagen 5 Susannos als Gegner einrichtigen und 4 Schatten Susannos. Das kann ja richtig, naja, lustig werden. Und zwar mit 50% Gesundheit 5 mal das perfekte Rainbow Susannos besiegen. Achso, das sind jetzt so mehrere, die besiegen wir wahrscheinlich ziemlich einfach. Erfolg mit zwei Nachbildaktionen haben. Okay, ich gebe mein Bestes natürlich. Wow, kann ich da auch irgendwie ausweichen? Was kann ich denn jetzt hier einsetzen? Kann ich denn irgendein... Was war das denn jetzt? Ah, ich kann schießen. Interessant, okay. Auf jeden Fall, was mir gar nicht aufgefallen ist, der war ja jetzt sozusagen in der Kamui-Welt. Oh verdammt. Der war ja gerade in der Kamui-Welt und hat da einfach mal mit dem Z-Z-O-Orbitur sozusagen einfach nochmal das Auge geändert, kann das sein. Also der hat jetzt sozusagen das Kamui-Auge, Sharingan sozusagen, hat da Z-Z-O-Orbitur gegeben und von Z-Z-O-Orbitur das Rinnegan genommen. Kann das sein? Mir ist das gar nicht mehr in so einem Manga aufgefallen oder ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Liegt wohl wahrscheinlich daran, da ich das Ganze 2014 gesehen habe. Kann ich denn da aber auch irgendwie den ansprüchen? Alter, was ist das denn für ein Kampf hier? Mir wurde schon geschrien, dass so ein Bosskampf mit Manga-Rat ziemlich nervig sein kann. Achso, ich hab da wenig Schatka. Meine Fresse! Ich glaube, es kann sein, dass ich das erste Mal jetzt verlieren werde. Das hätte ich eigentlich jetzt nicht gedacht. Ich bin jetzt erstmal am Ausweichen in mir. So, jetzt nochmal. Ne, das war nicht geplant. Ich würde gerne mal meinen Jutsu einsetzen. Aber ich hab Angst. Jetzt komm nochmal. Fick dich doch, du Henne, Alter. Zack, geht doch. Attacke. Also das mit S-Kang kann ich schon mal knicken, ey. Das kriege ich nicht hin. So, was macht er jetzt? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Mal gucken, ob ich da einen Zink kriege. Und zwar jetzt. Zack. Machen wir jetzt hier mal kaputt, weil die nerven da nicht so krass, wisst ihr? So. Aufpassen, ich muss Schatka. Oh, nochmal nach oben. Zack. Bam, bam, bam. Davon soll ich 15 Stück besiegen? Ja, okay. Schwer sind die jetzt nicht, weil die gerade nichts machen. Aber auf die Dauer nerven die schon. Zack. Boah, gerade noch hinbekommen, ey. Wir wurden fast getroffen. So, man muss sich nur mal dran gewöhnen an diesen Kampf, weil sowas hat man ja auch noch nie gemacht. So, in der Art jetzt. Und nochmal. Zack. Haben die hier auch alle mal besiegt. Ich glaube, ich muss die sogar alle besiegen. Dass ich dann an Madara wieder rankomme. Sonst geht das gar nicht. So, und nochmal. Ab zum Madara. So, und nochmal. Zack. Am Arsch, Alter. Und weil das so schön war, machen wir das Ganze doch gleich nochmal, wenn es denn möglich ist. Ach, jetzt haut ab. Du bist aber ein Lümmel, du. Du bist ein harter Lümmel. So, nix da. Oh, nochmal. Shidori. Bam. Also mit so einem Susann und so einem Shidori zu machen natürlich. So. Davon, wie gesagt, kurz ein Stück. Ey, ich mag es jetzt. Oder zwei müssen wir das hinkriegen. Aber fünf haben wir schon mal. Nehn noch zehn. Jetzt schießen sie alle wieder. Oh Gott, ey. Nix da. Ab wieder zum Madara. Panzerbrecher. So vieles Falken hat der gar nicht. Ach, Leckmüß. Habt ihr das beim ersten Mal geschafft? Also wahrscheinlich habt ihr es schon alle geschafft, aber... Hm, naja. Noch schwer sein. So, nochmal. Wir müssen die Leben abziehen. Wir müssen ihn besiegen. Die ganze Welt. Vertraut auf uns. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. So ist es. Spooky. Spooky, rettet die Welt. Ach, verdammt. Eigentlich wollte ich den oberen ja anspitzen, aber nein. Jetzt gehe ich auf diesen Rimbo. Heißen die nicht eigentlich Limbo? Oder ist das jetzt ein Übersetzungsfehler? Das würde mich echt interessieren, weil ich meine, das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Also ich meine, die hießen Limbo. Limbo. Also diese Fähigkeit von unserem Madara hier. Das ist Limbo, nicht Rimbo. Oder kann auch sein. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, falls ihr es ganz genau wisst. Kann auch sein, dass ich mich jetzt hier irgendwie so dezent irre. Aber jetzt kann ich mich nicht bewegen. Kann das sein, dass du so ein bisschen backt oder so? Ne, oder? Keine Ahnung. Das scheint mir schon so. Keine Ahnung. Das ist der... Ja. Ihr habt so schnell ganz selber gespielt, deswegen wisst ihr das schon. So. Und natürlich wieder ein Shidori reindrücken. So. Ich kann mich nicht bewegen manchmal. Was ist das denn? Voll komisch. Ab wieder hin. Ahm. Der Pisse haut wieder ab, ey. Brauche Chakra. Und jetzt kann ich mich schon wieder nicht bewegen. Das ist voll komisch gerade gemacht. Als ob ich mich manchmal wirklich echt nicht bewegen könnte. So. Weit haben wir hin. Jetzt noch eineinhalb. Leben. Nein. Den letzten Schlag kann ich nicht stoppen. Wie ich da einfach hingedüst bin. So. Ich glaube einmal kriegt man es noch hin, oder? Nein. Rauch. Jo. Nein. Hin, 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 hin. Oh. Gott sei Dank, ey. Ich will gar nicht sehen, was er da macht. Ich will es überhaupt nicht sehen. So. Ich glaube jetzt kommt der Endkampf, oder? Die Endpassage zu Madara. Er scheint wohl immer noch nicht gefallen zu sein. Daneben nochmal. Wir machen sich platt. Mann, ernsthaft jetzt? Ich kann auch schießen, ey. Nein. Ich glaube ich habe doch getroffen, oder? Nein. Weg, weg, weg. Ah. Ah. Wir schießen einfach so. So, wir haben es geschafft. Endlich. Wenigstens noch mit 50 Prozent, ey. Hammerhart. So, es scheint jetzt sogar noch ein Kampf zu kommen, als ob das nicht reicht. Naja, okay. Ähm. 50 Prozent Linien mit Sasuke. Gegenangriff. Bla, 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 bla. Blub, blub, blub. So, dann machen wir das jetzt eben auch noch. Bam. Ich hätte so gelacht, wenn das jetzt getroffen hätte. So, Madara. Kommen wir jetzt nun zum Endkampf, hä? Ist es vielleicht jetzt nun wirklich dein Ende? Wir wissen es nicht. Ich würde dich jetzt langsam auch gerne mal als Charakter freischalten, weil ich einfach mal online auch mit ihm spielen möchte. Ihr glaubt gar nicht. Ich habe so oft jetzt schon Mitspielersuche gespielt. Ey, ich finde online nur Sasuke Rinnegan, den ich jetzt gerade hier spiele und diesen Madara. Ich finde fast nichts anderes. Natürlich auch haufenweise Boruto-Spieler. Klar, wir gehen Boruto, weil das einfach komplett neu ist und sowas. Aber das ist manchmal so nervig. Da will man einfach mal auch dagegen halten und auch mal so einen Charakter nehmen. Aber man kann halt nicht. Man kann einfach nicht. Und das tut mir so weh. So, bitteschön. Hier, mein Ball. Ich spiele hier Fußball mit dir. Weg mit dir. Das ist so cool, der Tilt. Es ist irgendwie erinnert mich, dass du so ein bisschen an Fußball bist. Zack. Übel cool. Was hat der hier eigentlich nochmal als Tilt? Ah, okay. Ich finde der den halben Boden an. Juhu. Ich kann ja echt nervig werden. So. Ich konzentriere mich jetzt nicht mehr auf diese Anforderungen, die ich hier machen muss. Das ist einfach nur sinnlos. Aber naja. Kann ich denn noch eine Kombo machen? Wenn ich jetzt noch eine Kombo machen kann, dann zeige ich euch mal was mit Sasuke jetzt hier. Oh, Pesser. Hör mal auf, mich jetzt immer zu counteren. Ich glaube, ich spinne. So, bitte. Bitte lass mich zeigen. Ich würde immer Tau-Spalken einsetzen. So, jetzt komm. Du Pischkopf. Du bist ja richtiger Pischkopf. Wischst du dich? Mal da gerade der Pischkopf. Alles klar. Warum hat der Vorrang? So, jetzt komm. Setz es ein. Nein. Egal. Dann machen wir das mal in dem Online-Part. So, jetzt. Oh, nein. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.